Wie schön wäre ein persönlicher Masseur, der nach einem anstrengenden Arbeitstag Nacken- und Schulterpartien vor Verspannungen löst. Aber sowas ist immer eine Zeit- und Kostenfrage. Das Akupunktur- und Massagegerät von New Gen Medicals? Das Prinzip ist sehr einfach. Platzieren Sie die selbsthaftenden Elektrodenpads an den zu stimulierenden Stellen, wählen das entsprechende Programm, lehnen sich zurück und genießen Sie es, wie sich die Verkrampfungen in Ihrem Körper lösen. Mit leichten Stromstimulationen lockert es versteifte und starre Muskeln wieder auf und man fühlt sich wohlig, warm und total entspannt. Dank sechs verschiedener Modi können Sie das Verwöhnprogramm ganz an Ihr persönliches Wohlbefinden anpassen. Es stehen die Einstellungen Massage, Akupunktur, Naprapathie, Ziehen, Klopfen und Streicheln zur Verfügung. Tipps für die verschiedensten Schmerzsituationen finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung.